Ich kaufe die größte Pizza der Welt. Ja, das ist wirklich kein Witz. In diesem Laden wird die größte Pizza verkauft. Heißt Big Mamas Pizzeria. Ich möchte meine Körpergröße nicht verraten, aber die Pizza ist einfach fast so groß wie ich. Kostet einfach 69 Dollar. One Big Papa. Is it right? Yeah. Und die Pizza hat auch einfach den Weltrekord gewonnen. Die größte Pizza der Welt. Ich habe auch erstmal so eine Tüte bekommen. Richtig viel Besteck, Servietten und so war. Ich glaube, die dachten, dass ich das für eine Party bestellt habe, obwohl die Pizza eigentlich nur für mich ist. Leute, die Pizza ist einfach so groß. Können wir mal bitte drüber sprechen? Ich muss sagen, sie war nicht so lecker. Aber sie war auch nicht extrem schlecht. Aber ich würde es mir nicht nochmal kaufen.